So, ist Wasser hoch? Alles voll los. Die Deuten immer nur mehr hin. Okay, nice, so... Und ich kann pass auf ihr da. Willkommen zurück. Deswegen bin ich vorhin drauf gegangen. Kann ich hier dann explodieren? Okay. Mal ZF. Mal ZF. Wie geht's? Wie steht's? Alles fit? Mal ZF. Mal ZF. Please open the door. Okay. Mal ZF. 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 beziehungsweise wird es kaum helfen wird es nicht mal wieder drin oder das war's dann wünsche ich dir aber schon mal gute Besserung was trägt ich zu daran dass du ausblutest so eins ach da muss ich rüberspringen wahrscheinlich deswegen ich spiele ihre Trop das ist so eine Art Action-Adventure so im Zelda-Stil gehalten wie man sieht ob es trotzdem geschafft Zeit zu haben um hier zu gucken oh shoot mach mich Oh, Mensch, der fährt dann nice. Jetzt wird Platz da oben. Tschüss, schweiß ich da runter. Oh. So, schnauze foi. Das ist ein bisschen streamschauen. Ich finde es war zu gut, wenn ich wieder rein schloss. Ich habe auch schon lange nicht mehr streamt, von daher willkommen zurück. Falls ihr noch auf andere Spiele Bock habt, ich werde wahrscheinlich ab Donnerstag Carpet spielen. Wenn es euch was sagen soll. Noch zusätzlich zu dem Spiel hier. Vielleicht gucken, wo es mich anhängt, wo ich bleiben werde erstmal. Aber sind beide nicht schlecht. Okay. Das ist ein Spiel im 30er-Jahres-Comic-Stil. Ich habe wieder die Tasse und halte wieder Kopf. Und schwein. Hier war ich das schon mal. Das war's. Ups. Hier geht's schon nicht weiter. Ich seh so viel, überhaupt nix. Der Strom wappt da oft an. Das ist doof. Ja, also, ähm, hauptfällig auch mit dem Weiterspiel noch. Ich hab nur gesagt, ich spiele das andere auch noch nebenbei. Ich falsch verstehen. Weil das Spiel war doch Spaß. Das muss man echt mal sagen. Ich hab es hier so weit. Oh nein, da war ein Schlüssel. So. Geh da. Hm? Hm? Wo ist das denn? Okay. Hm, genau falsch. Was ist das? Okay Ich muss sie runter, okay Also was in der anderen 2 Schlagen drauf, ich lass den Schlagen aufgeben. Okay. mal hier gegen mich gegen rollen loskommt sehr brav gemacht kapasen 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 Sehr gut.